Das Lausanne Palace & Spa ist ein 5-Sterne-Hotel mit mehr als 150 Zimmern. Das Hotel wurde dieses Jahr vom Go & Mio-Führer mit dem Titel Schweizer Hotel des Jahres ausgezeichnet. Als logistischer Koordinator ist eine der größten Aufgaben meines Jobs die genaue Bestandsaufnahme des Hotelinventars. File Make a Go macht das Ganze wirklich sehr viel einfacher. Der Hauptgrund, warum das Lausanne Palace eine Bestandsaufnahme des Hotelinventars benötigte, war, dass der wirkliche Wert des Hotels, die Möbel und all die anderen vorhandenen Bestandteile bisher nur eine grobe Schätzung waren, bevor die Inventur durchgeführt wurde. Nach der Inventur konnten wir der Geschäftsführung diese präzisen und exakten Zahlen in unserem Inventurbericht zeigen, sowie die daraus entstehende Versicherungssumme der Versicherung mitteilen. Die von mir durchgeführte Bestandsaufnahme des Hotels umfasste mehr als 20.000 Einzelposten, wobei zum Beispiel 200 Löffel als ein Posten galten. Am Ende belief sich der Gesamtwert dieser Inventur auf mehr als 20 Millionen Schweizer Franken. File Make a Go auf dem iPad 2 erlaubt mir, die Bestandsaufnahme immer auf dem neuesten Stand zu halten. Der Gebrauch des iPad 2 birgt viele Vorteile für eine Inventur, dessen Mobilität ermöglicht es mir jederzeit und überall im Hotel bei mir zu haben und wenn eine Aktualisierung notwendig ist, gehe ich in ein Zimmer, vergleiche den erfassten Bestand mit dem neuen Bestand und nehme die Änderung direkt vor Ort in die Inventurliste auf. Wenn zum Beispiel ein neues Möbelstück hinzugefügt wird, mache ich sofort ein Foto davon mit dem iPad 2 und es wird augenblicklich in die Inventurliste aufgenommen. Dies alles war unmöglich ohne File Make a Go. Zuvor musste ich die gesamte Bestandsaufnahme auf Papier niederschreiben, dann zurück in mein Büro gehen und dort den Inventurbericht anfertigen. Jetzt mit dem iPad 2 und File Make a Go ist das alles ein großer Zeitgewinn. Ich habe mich im Internet nach einer Inventursoftware umgesehen und die einzige, die ich gefunden habe, ist Inventory Pro Design von Blu-Real auf File Make a Go. Als ich diese Software dann ausprobierte, war ich überrascht von den vielen Möglichkeiten, die sie mir bietet und wie einfach die Bedienung ist. Ich machte eine Liste von Dingen, die ich benötigte und alles war möglich. Alles war möglich.